Als Reaktion auf das Enthüllungsbuch Faire Entfui fordert Donald Trump nun schärfere Gesetze gegen Verleumdung. Der Erfolg dieses Vorhabens ist fraglich. Donald Trump will Gesetze gegen Verleumdung verschärfen. Quelle Pablo Martinez-Messive, AP slash Deutsche Presse Agentur Nach Erscheinen des Enthüllungsbüchs, Faire Entfui des US-Journalisten Michael Wolf hat sich US-Präsident Donald Trump für eine Verschärfung der Gesetze gegen Verleumdung ausgesprochen. Wir werden uns die Verleumdungsgesetze sehr genau ansehen, sagte er Medienberichten zufolge. Unsere aktuellen Verleumdungsgesetze sind Augenwischerei und eine Schande, sagte der Präsident demnach weiter. Experten bezweifeln laut Bericht aber, dass Trump die Gesetze einfach so ändern könne.